Und weiter! Oh ja, da ist er! Wie entranten wir uns? Puh! 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 Heute, ich schippe den nächsten... Nein, ich schippe den noch gar nicht. Heute, ich schippe den nächsten Pfeil. Ich bin Hansi-Wurst. Genau. Geh weiter! Jetzt wird mal wieder ein Premium-Grühstück, ey. Das ist so nice. Ja, wenn man mal... Die isst man nämlich nicht, wenn man nämlich das so macht. Deswegen, man muss die einfach schälen. Wollen wir alle auf den Tisch und fressen das die Leute. Eiswürfel. Wollen wir uns mehr Eiswürfel? Ich liebe es. Ich hab's nachgeguckt, ey. Dass man einfach Queens-Plus fasst. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Okay. Ich denke, ich hab' zu call, weil ich bin der Shortest Stack. Und er hat viele Ace-King und Ace-Queen. Und vielleicht 9-8. Good luck für den Tournament. Good luck. No, Queens. No. GG. GG. Ich call 10, ey. Wie geht bei der Aktion davor? Grace und dann Jam. Snap-Jam 35 von dem Fun-Player. Oh. Oh, fuck. Fuck, Mann. Wir wollen dich nur filmen. Boah, ich bin grad fertig geworden. Ja, da wollen wir nicht. Oh, Entschuldigung. Wart ihr schon länger hier? Nein. Nur ganz kurz. Also eine Minute vielleicht. Und ein paar aufmachen. Alter, ist das geil. Bist du dich gut? Alter. One. Two. Wow. Geil, gell? Prime Mind ist das... Shit. Alter. Ist das der gleiche Typ, der auch A-Game? Das ist derselbe, ne? Ja. Wir waren aber vorher auch schon mal da. Q hat eine Story von dir gemacht. Ach, krass. Ey, man hört gar nichts. Die Kopfhörer sind so geil. Ja, Mann. Also, Leute. Brutal. Prime Mind. Das macht einen zum besseren Menschen. Zumindest fühlt man sich besser. Best one grind. Und ab die Fahrt. Boah. Wollen wir dann fahren lassen? Ich weiß nicht. Was? Ich auch nicht. Ich auch nicht. Warum geht ihr von mir weg? Nein, nicht. Das war der Stress so. Ich habe mich eingekackt, weil der vor Angst. Aber auch das Training, ne? Es ging hier richtig schön. Was ist dein Problem? Was bist du denn? So, ja, ich bin hier so, weil ich gerade das Gefühl habe, dass ich etwas Admeten. Admiten etwas. Heute habe ich das Gefühl, dass ich mein Leben verändert. Es fühlt sich, dass ich mein Leben komplett verändert. Mein Habits, meine Gedanken, meine Prozesse. Der Punkt, wo ich Hanse einfach gesehen habe, außerhalb meditativ, auf der Bühne. Ich habe einfach herausgefunden, dass ich ihn fallen für ihn. Ich kam in dieses Haus, um meine Leben zu verändern. Jetzt denke ich an den richtigen Moment, um Hanse zu erzählen. Drei neue Freunde, Q ist ein Freund. Ich erinnere ihn, dass ich ihn sehr, sehr liebte. Du bist so erschrocken, hast du aufgemacht? Es war, der meinte, jetzt setz das um, deine Habits. In dem Moment soll man ja eigentlich hoch. Genau, deswegen wollten wir das aufnehmen. Ach so, aber ich habe die Augen aufgemacht, weil ich hochkommen muss. Und dann sehe ich euch nur hier so und habe mich voll erschrocken, ey. Der war gerade am 1. Jetzt stehe er auf. Das ist geil, die letzten 5, 6 Stunden. Wir wollten halt dieses, weil ich bin, das letzte Male, ich bin so hoch und bin dann, Aaaaah, ich habe direkt geschrien teilweise. Das war jetzt gerade der Moment, wo du jetzt noch ans Setter... Genau, das wollten wir halt aufnehmen und dachten, da schrien wir das auch. Aber ist geil. Ja gut, aber ich kann nicht mit beschlossenen Augen aufstehen. Jetzt war es halt wieder witzig ohne Ende. Das war wieder witzig. Ich glaube, wir können gar keine normalen Szenen machen, nur witzige Scheiße dann wieder. Oh Mann, aber ja gut. Das war auch geil mit der Liste, das könnte auch mal anfangen. Ja. Schreibt sich genau auf, wann, wo, wer, Herr Spott, wo wir sehen, ob ihn des Sehens besser ist. Mach Udi noch, ja, lass ihn halt an und lass ihn. Ich habe, ich habe 90, ich habe 10 Sub, weil er mich aus dem großen Daily Main Event, 250 Bucks, Gigi Spring Festival, und es war sehr hart, RUNER RUNER FLUSH, und das war der Ende. Und jetzt, sehr, sehr freundlich, sehr Sport, wie ein Sport. Wie sagt man das denn? Sportsmanlike. Sportsmanlike, danke. Sportsmanlike, he spends so much. Thanks a lot. Ich habe 90, best man. Oh, I can see your final table. Yeah, it's the final table of the Daily Big 20. I'm fourth of four in-ships, lost a huge all-in with sevens against jacks. I'm not quite sure if my play was optimal, but I marked the hand. It's against two pretty good racks and one tightish player who's in the community of Hansi, I guess. And now I have to spin it up. Let's go. How much for first? 560, something like that. Oh, I just need to hit. We hit. Come on, hold it. Yes. I'm not live, by the way. I'm playing off-stream today because I want to mark more sports, be more concentrated in sports. And yeah, I'm not distracted by chat or stream or something. This is so freaking hard. I tried to attend to the quiz and play five tables. It's super challenging and whoa, I guessed right. It was a pure guess. And I won a big pot here. How much time? Just submit if you haven't. Lost. Okay, so let's go. 30% is actually good and you don't necessarily... Later. Hey, this is AC thing. I don't think I'm going to build Lego here. And what are you doing on Friday night? Oh, I'm going to build Lego. Always grinding. Always grinding hard. Hold. It's a bad turn, but the three are always coming up. It's not a three. That's because of my fingers. The first three is over. What's your standard? How many tournaments have you played? And what's the current win or loss steps? In the first week I played only 63 tournaments. Made like about $300 minus. But with an ABI of 27. And as you have seen in the introduction video, my ABI before was like 13. So doubled ABI. Can't complain. It's a home tip, 15 minutes ice bath with Vienna water. Or if you have ice in your bath. Try it out. It's uh... It only hurts at first. Sounds insane. Yeah. Yeah, it's a little bit insane. 15 minutes. Do you live in Vienna? Yes, since a year and a half. Two years now. But I haven't... I felt like... I feel like I haven't spent so much time here. Because the first half year I was traveling. And then I was here for a half a year when there was summer. And then Covid. It's been... I have a nice home gym now. But I haven't spent so much time in the city. I moved to Vienna in January with Covid. I couldn't see much from the city and the people. And like restaurants, bars. That's it. Just press pause and get the work done. Yeah. It was a good opportunity to do all the work that I had. Because I was... Before I was lacking structure. And I had a year over year to just do structure. Oh, fuck. Yeah. If it hadn't been Covid, I think I would be... I was a police officer before in Germany. And I quit my job at the end of the year. And if it wasn't Covid, I wouldn't have time to progress my game. So for me, in my microcosmos, Covid was kind of a good thing. Just not looking around, but just for me. I had the exact same experience. It was the right time for me to go inwards and focus on myself. And I had the time to do it. So you can always see everything. You know, like, of course, the circumstances are bad. But I'm lucky to have a job where I can... Where I don't have to... I can do it online. So for me, it doesn't really change that much. So I don't think it's bad. Like, you should always... If the situation works out well for you, like, why I feel... You can't feel guilty about... Yeah, no, I don't know. ...things being the way they are. You know, it's just different things for different people. Yeah. Corona is the best. Probably not. So Q and Belle, like, that's me. We, um, we edited. We, um, built this thing. I built, like, 90% of it, so... Bullshit. Don't go to... He was incapable of... Don't try to steal my... The props, no. He was incapable of doing it in time, so... Somebody had to help. So, so sick. Like, I built it for, like, two and a half hours and you helped me, like, the last half an hour. And now you're like... That's how it works. We're building it together. Yeah, it's an Easter present from my girlfriend. And, yeah, it actually took longer as expected, but... Now it looks actually pretty nice, so... I think so, too. Let's go! What is it? What is it? Is it here? Is it here? Yeah, is it. This is here? Is it here? Is it here? Is it here, schön, into bed? Ich bringe jetzt ins Bett Let's cry, let's cry like this You're jumping? No we're not jumping I guess Oh come on Oh my god Oh my god No we cannot jump No way I mean we could We could We could die also But then I have to test it Come on fuck it No Oh Come help me Oh fuck Oh fuck Oh fuck Pass auf You can do it Jump, jump, jump Jump Oh Oh fuck Oh it's actually pretty warm Come on nice Good job Good job It's like It's like It's like That's like what the moment you jump in you just lose the control over your brain It's so insane Holy shit Actually best decision ever Doing that Feeling like absolutely awake And then looking at that view Without my glasses on Beautiful Beautiful Actually can't Why there's so many lights Is it my My Oh Am I not wearing glasses or is it Yeah I like today Boah we have uns eigentlich geeinigt Nicht reinzuspringen I'm not wearing glasses I'm not wearing glasses Deeply love him Crazy guys The romance is building Bromance is building Bromance is reached Yeah Maybe it works today Again The 250 daily menu How many left? 168 left And 107 Are in the money Take a look Let's see Hope it works And now the patent table Can't do that 10 10 10 10 10 10 Red 10 Luckbox Another λλybos Just a good chance warm Right 10 hurting Or Das ist Bubble Time, du bist Schärme. Okay, let's go. Bitte nicht. Oh, shit. Oh, holt. Holt! Und die drei. Nice! Let's go! Die zwei gerade noch. Die zwei sind gemein. The two looks like aces. Just a couple of seconds. Or milliseconds. Nice. Nice. Back in the business. Someone wrote in the chat, you double up before the bow is burst. Yeah. She's right. I did. Vor allem, ich stehe eigentlich nur da, dann könnten wir den Stream abbrechen und dann direkt das Video löschen. Das, denke ich mir. Damit es keiner clippt so. Aber ihr seid da mal, ihr kranken Psychopathen, ey. Ich fände es einfach sehr witzig, glaube ich. Oh ja, da ist er. There we go. Okay, let's go. It's not that big one. Ich glaube nicht. Oh ja. Okay. Das war's schon. Ja, ich finde das. Hast du da unten? Boah, du siehst das letzte. Na, ich hab's mit mir. Ich? Ja. Was mit mir? Was macht ihr? Ich hab fast eine Reihe gezeigt. Wie sehe ich aus? Boah, du bist wirklich trainig. Ja, ja. Du bist wirklich trainig. Du bist wirklich trainig. Oh! Oh! Das war's der Punkt, ich dachte. Okay, jetzt ist es vorbei. So, over guys, go home. In the next episode of the PocoCode Street Hub. Du bist mit clos. Was du calculationst doch? Okay. Ich bin jetzt mal dran,